Hallo ihr Jedi-Meisterinnen und Jedi-Meister da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Türchen. Heute mit Türchen Nummer 4 und ich bin schon gespannt wie ein Flitzebogen. Bis jetzt hat der Adventskalender uns nicht enttäuscht und ich bin gespannt wie es heute weiter geht. Gut, da ist die 4, wir öffnen und tatsächlich ist das ein Venator. Da ist ein bisschen wenig Rot drin für einen Venator, aber es könnte auch ein Moff Gideons Cruiser sein. Keine Ahnung, bauen wir es auf jeden Fall mal auf. Also ich bin mir nach wie vor nicht einig, welches Schiff das genau sein soll. Es könnte ja auch ein First Order Star Destroyer sein. Wenn jemand da eine Ahnung hat, gerne Kommentar. Ansonsten ist es ein solides kleines Bildersatzteil. Es ist nur dieser kleine grüne Nupsi hier. Auf jeden Fall nett und vielleicht werden wir mithilfe der nächsten Figur schlau draus, was das ist. Jetzt sage ich aber wie immer vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns morgen zum nächsten Adventskalendertürchen. Ciao, ciao!